Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA San Andreas. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, es geht heute darum, dass ich jetzt diesen Polizisten ein ganz kleines Rematch geben möchte. Und zwar, ich fand es irgendwie ein bisschen bitchig, wie ich letztes Mal gestorben bin. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal nochmal eine neue Aufnahme. Und weil mich auch noch jemand darauf hingewiesen hat, dass ich auch nochmal neu machen könnte. So, ich weiß allerdings nicht, wo ich quasi mein Letztin mache. Das ist halt das Problem. Aber es wäre halt am besten, wenn ich irgendwie ein Dach über dem Kopf hätte. Zumindest das hier. Sorry. Wäre zumindest nicht schlecht. Das da vorne wäre eigentlich auch nicht schlecht. Das hat zu viele offene Stellen in dem Sinne. Ja, für mich sind es zu viele. Ah, gibt es hier... Oh, doch. Gibt es sogar noch. Und zwar die Parkgarage. Die wäre eigentlich ideal. Weil in dem Sinne hat er ja eigentlich nur einen Eingang. Boah, das habe ich jetzt nicht gesehen. So. Och. Und zwar hier. Es wäre zumindest mal nicht schlecht. Weißt du was? Das mache ich sofort. Lass mich hier parken. Wenn hier kein Crash oder irgendetwas Lustiges ist, weil das würde ich nicht direkt lustig finden. Weg. Autsch. So. Ja, genau. Undercover. Geh zum Teufel. Ich will sechs Stahne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Deine Fahrzeuge sind nicht so toll. Ähm. Oh Gott. Und du. Gibt es sogar eine gute Deckung, wie ich finde. Also die treffen mich ja gar nicht Oh Ich nenn das Death Rally Aber das muss ich fotografieren Ah Und nochmal Ah Und nochmal So Nachdem das geklärt wird Ey Sonst jemand Sorry dieses Mal muss ich Wohl die Zivilisten erschießen Dass ich einen höheren Level kriege Ich weiß nicht wie ich den Scheiß auslöse Ah Ah Gut So Auslösen Sehr gut Fünf Sterne So Nein Nein Hier Ja Okay Nochmal Gott So Nein, 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 nein Das war wohl wieder undercover Also ist das effektiv Kann ich nur sagen So Und natürlich du Autsch Das soll die jetzt eigentlich nicht machen Endlich das Militär Wollte schon sagen Wie lange braucht es denn noch Die Handels sind schon oben Helikopter können mich nicht erreichen So erlebe ich das Da Ziel Ihr fährt jetzt mal hier nicht rein Fahrt Ja Hier geht gerade alles in die Luft Okay, mein Leben tut sich wieder regenerieren Das gefällt mir So Ja, Kopfschüsse halten so komischerweise aus Das lebe ich mal an Mots Diese Lorie So Das ist eine bisschen miesere Stelle, wie ich finde Als beim letzten Mal Da war ja in dem Sinne eine offene Fläche Und ich bin ja eigentlich auch noch Hier in der Parkgarage Da stellt sich die KI sonderschlau an Versuche ich da draußen alles in Flammen zu setzen Dass die Panzer auch Mit die Flammen Zerstört haben Ach Mist, mein Leben Okay, muss ich jetzt hier erstmal zwei Minuten heulen Läge Läge Ich muss ich mein Leben wieder kriegen Pfff Hahaha Oder einfach überfahren Genial Ah Autsch Also da draußen ist schon mal die Hölle los Ähm Ich glaube, ich soll in die Tasche weiter höher gehen Aber Bis jetzt sieht es eigentlich nur einigermaßen okay aus Okay Mehr Nein, 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 nein Du gehst jetzt nicht weg Gut Äh, hier war doch gerade eben ein Soldat Ähm Soldat Ah, da ist er Au Vergiss ich die ganze Zeit Ah, ich hab so dieses Blöde Gefühl Wenn ich hier noch weiterbleibe Dass sich das Spiel aufhängt Aufgrund des Naja Ganzen Trubels Deswegen geh ich mal an die Tasche weiter nach oben Ich find's ja irgendwie krass Was die Raindance A.K.A. Blackhawks mache I.K.I. Der bleibt stecken Warte mal Ja, 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 ja Gut Ist getroffen Da unten fahren welche rum So Nein, nicht wegfahren Okay, wenigstens hab ich einen getroffen Ah, die Barracks kommen auch So Nein, das will ich nicht machen Weg damit Nein Oh Das find ich ein bisschen blöd gemacht Hier Einmal drauf drücken So Ciao Das hat schon sein Ciao Heli Bisschen wie es Mies was ich mache Aber wie gesagt Die funktionieren neu Wenn die KI kommt Das scheint hier nicht grad so klar Au Das war nicht gut Ah, was macht denn der Hunter dort Ah Ha 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 Bostum Wie kommt denn der hier rein Respekt Also wirklich Respekt muss ich sagen Werde kein Helis nochmal von hinten Weil der hat mich ziemlich erschreckt Ach, das darf doch nicht wahr sein So Aber jetzt wirklich Screenshot So Nein Nochmal Ja, zum Beispiel Oh ja, Baby Mehr Bin wie Frank Crest Drama More Drama Verdammt Ich glaub das war zu viel Drama Eieieieiei Also da geht richtig viel ab Okay, da unten ist jetzt ein bisschen mehr Mir ist nicht klar, dass ich den Sun and Veers New Seelikopter abgeschossen hab Ah, die sind eine Etage weiter höher Ja, höher Nein Alter Wie viel waren denn dort oben Ha 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 Ciao Also das ist krass So, jetzt bin ich auch gleich am Arsch Sehr gut Äh, Leute Ihr seht nix Nein, ihr seht nix Ihr seht nix Ich seht nix Also langsam Ja, okay Geht wenigstens Ha Warum ist denn dort ein Fahrzeug? Hm Das ist jetzt total komisch Ja Nein Das will ich doch nicht Okay Das ist nicht Das ist zu nah Das ist wirklich zu nah Tschüss Also ich Es wäre hier wirklich krass Wenn ich sehen könnte Wie viele Helikopter ich schon getroffen habe Wie viele Fahrzeuge ich zerstört habe Oder Wie viele Leute ich insgesamt getroffen habe Ja, zumindest krass So Aber ich könnte das so stundenlang weitermachen Deswegen Soll ich mal den Schwierigkeitsgrad um 100% erhöhen Ähm Jetzt kann ich nicht einsteigen Hey, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie Ein Flugzeug zu ergabbern Naja, dann müsste ich irgendwie Nebend raus Was war denn das? Achso, stimmt Das sind die Rhinos mit Raketenwerfer-Schützen Weil ja Die Rhinos und sich selber nicht Pervers genug sind Ja, gibt es Wow Das war nicht so vertraut Schau So, Leute Wirklich Das wurde hier ganz schön mies abgeschossen Wow, nein Das war ein bisschen zu nah So, jetzt nochmal Ey Das finde ich jetzt echt die Uncool So, nochmal Lass mich doch mal hier runterfahren Arschkrämpfe Tschüss Das habt ihr zwar nicht gehört Nein Ich wollte das doch Oh mein Gott Drecks Ach ja Ach ja Falls ihr es noch nicht gehört habt Ich würde am besten So ein bisschen runterstellen Aber nur ein wenig Verdammt Was war denn das hier Von Massengangbang Was zum Teufel Okay, da habt ihr uns Macht nicht mehr so etwas Wenn ihr so im Krieg anfangt Also, sonst seid ihr ganz schön am Arsch Also, Leute Das war jetzt erstmal Eine weitere Aufnahme Von GTA Und wir sehen uns Bei der nächsten Aufnahme Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.